Nicht die Realität wird entscheidend sein, sondern was ich von der Realität dann wahrnehme, gemäß meiner inneren Glaubensmuster. Das ist jetzt schon, aber dann wird es eins zu eins sein. Die Zeitverzögerung ist dann nicht mehr gegeben. Wo du heute einen Gedanken hattest, der vielleicht in zwei Wochen passiert. Und zwar, wenn jetzt, wenn jetzt da noch Menschen sind, also die dann halt mit ihrem Glauben an der Mathe, die auch sind ja voll ausdrücklich und so, wird es dann nicht trotzdem noch, was ich jetzt so kritisch sein, dass es noch Kriege und sowas geben wird, wenn die dann weiterhin in den Buch kämpfen oder so? Oder wenn wir das irgendwie, wenn wir uns, wenn du wirst, wenn ich da irgendwie...